Was ist denn so? Voller Homo! Hey Muschi, mach das anständig! Ich muss ja runterrollen! Oh, du war Muschi! Ich hab dich stolz sein! Lass dich hier mal streichen! Schöne Verzahne! Guck mal, ich hab dich nicht mehr verbringend! Guck mal! So, Herr Decker, sind Sie zufrieden? Ja doch, sieht schön aus! Mein zweiter Anstrich! Ich brauche jetzt hier noch, hauer! Man achte auch mal, dass der Maik eine Zigarette in der Hand hat! Und nicht nur in der Ecke steht! Ja, ich kann auch arbeiten, während ich rauche! Schöne Ecken ausmalen, ja? Die machen hier malen Nachfarben! Nein, von meiner Leibung weg, du Schrotten! Nein, nach Zahlen! Das ist aber heute nicht so interessant, was wir hier über die Sand, oder? Ja, auf der Saarlandsschule ist auch in der Sand! Schöne aus der Leiter Straße! 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 Hier ist unser Helfer, der Herr Sendt! Er macht eine Portfolie zum Beckermeister! Hat der schon die weißen Sachen an? Einen Idiot müssen wir dabei haben, ne? Ich war jetzt auf die Milch oder was? Ja! Hahahaha